Ich bin zu kurz. Ich bin zu kurz. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Das ist ein lustiger Raum. Fast gar nicht zu der Insel. Ich bin zu kurz. Wenn er zu klein ist. Nein, ich habe etwas über Leisen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Hm. Okay. Hm. Was machen wir jetzt? Okay. Ich komme zum Haus. Können wir jetzt hin oder was? Okay. Ich habe das Gebiet freigeschaltet. Ich habe meinen Affen hier beim Haus abgeben. Mein Governor Fett. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gedacht. Ich habe ihn nicht gedacht, dass ich ihn besser wachen würde. Okay. und dann nicht wir haben auf jeden fall noch was zu tun auf dem auf der anderen insel auf der wir müssen noch wir haben ja den kopf schlüsse das heißt wir müssen noch mal in kopf kommen in der kopf gibt es auf jeden fall noch was zu entdecken wir kommen jetzt auf jeden fall in die kraft auf die auf der insel der name mir gerade nicht mehr einfällt tor muscheln schließen oder auch nicht da hat nicht was er offen es gab einen so hier müssen wir jetzt noch in der zukunft müssen wo war die kunft noch gleich hier friedhof da mal nachgucken es ist übrigens meine gefällt sich interessiert ist ein grafisch aus aufpolierte version früher sah das jungs früher sah das so aus das spiel das kommt mit einem lecheln tasse tassenknopf kann man das hier hier müssen wir hin so sah das früher aus die kopf schlüsse wenn das mal nicht meister so ums kopf das jetzt mal die saal särger aufmerkungen das ist eine schmerzende von der kopf ist das ist ein grafisch ist eine schmerzende der kopf ist der kopf ist der kopf ist hier ist hier ist er ist wir haben ihn schlüsse schlüsse ich habe schlüsse 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 Blut sind blau, Rösen sind roh. Wir kommen ab. Bereit, um Lied zu essen. Mischmasch? Wir brauchen keine schmerzenden Mischmaschmasch. Ich glaube nicht, dass jemand da interessiert ist. Dann können wir Stan hier hinbringen. Stan ist aber auf der anderen Insel. Weil da finden wir ihn ja im Nachfolgeteil. Nachfolgeteil haben wir ja schon gespielt. Ich erinnere mich daran, dass wir den armen Stan im dritten Teil dort. Ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt nicht machen können. Ich glaube nicht, dass wir ihn nicht machen können. Help! Okay! A joke's a joke! Now get me out of here! Let me out! I need to go to the bathroom! I'm not ready for that yet. Hey, take your time! No hurry! I can't get out of here! Let me out! I need to go to the bathroom! I really am claustrophobic! Let me out! I need to go to the bathroom! I'm not ready for that yet. Hey, take your time! No hurry! Hmm, really is pretty roomy in here. Let me out! I need to go to the bathroom! I'm not dead! Well, if I had to be stuck in a coffin. At least it's the deluxe model. I'm not ready for that yet. Hey, take your time! No hurry! Can we have someone to give him a sound? He's not dead! I'm not dead! I'm gonna do it right now! I'm gonna do it right now! I'd bust out of here, but the dang thing's built too well. Maybe I'll take a nap. Yuhuu! Anybody! That doesn't seem to work. I really am claustrophobic! Hello? Hey! Hey for this! Hey for this! Help! Okay! A joke's a joke! Now get me out of here! Cruisers! Sunken galleons! See the world! Hmm. So... Beige Plotsam. Ich hoffe, dass dein Glück besser ist. Können wir einen von diesen Lieflitten haben? Hey, diese Sachen kostet Geld. Ich erinnere mich, ich bin zu früh für eine Party. Du und alle anderen auf dieser Isle. Wenn du ein Schiff brauchst, dann wirst du, wo du mich findest. Kruise! Ah, ja. Ah, ja. So, ich würde mal sie noch mal. Ich würde mal versuchen. Ähm, Schiffschau. Great. Wie ich erwähnt habe, mein Geld ist 6.000 Stück von 8. Denkst du nicht, 6.000 Stück von 8 ist ein bisschen hoch? Nein, ich bin nicht. Okay, wir brauchen Geld. Ich habe nicht so viel. Ich glaube, du würdest dann etwas mehr finden, hm? Ich habe nicht so viel. Wohin. Ich habe nicht so viel Geld. Wo kriegen wir Geld? Genau, unsere... Wir müssen ein Schiffscharten. Und die Spookplacke verkaufen. Hm. Hm. Puss auf einen Schengen? Das ist besser als die meisten von hier. Das ist ein Mist. Ich würde mich interessieren, wenn du wie wert war. Oh ja? Was ist so speziell? Das ist gut. Okay, jetzt haben wir... genug Geld. 6289. Das ist gut. Okay, jetzt haben wir... ... Ach so, ja, nein. Ich wünsche euch einen Schiff, Charter. Äh, ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ah, okay. Jetzt können wir hier zu verschiedenen Orten hinfahren. Jetzt haben wir verschiedene Routen, die wir jetzt wahrscheinlich mit... ...dem Buch, was wir jetzt bräuchten, was hier versunkene Schiffe und so weiter... ...da bräuchten wir jetzt einen... ...da bräuchten wir jetzt eine... ...da bräuchten wir jetzt eine... ...da bräuchten wir jetzt eine... ...die Koordinaten, die stehen wahrscheinlich in dem Bibliotheksbuch, was war da... ...da bräuchten wir jetzt halt die... ...die Koordinaten für das Ding, für das Stumbleitan hier. Well here we are, what now? Das ist niemals das Richtige, das ist halt... Ich schaue in und schaue den geschlossenen Galleon. Sind Sie sicher, dass Sie schwimmen können? Hey, ich kann meine Wärme für 10 Minuten halten! Ich kann meine Wärme für 10 Minuten halten. Ah, stopp. Oder auch nicht. Es gab keine Wärme. Wer ist der Wärme? Hmm. Das ist eine neue Wärme. Das ist eine neue Wärme. Der Mann, der schreibt deine Wärme, ist so lustig wie dein Taylor. Lass uns zurück in Booty Island. Okay. Ich habe eine Bekannte für alle meine Wärme. Seitdem du zurückgekehrt wurde, können wir wieder raus, frei von Wärme. Aber das ist gut. Glassbottomboot. Kruise. Seht die Welt. Galleon. 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 Und da brauchen wir ein spezielles Buch für einen gesundem Schiff oder so hieß das. so wäre es oder was das waren wir ja hier finden wir niemals die richtige ich will mich noch schon wieder zuerst such dir eine komplette Lösung raus ich denke ich werde einen anderen Schraub probieren Und dann legt mich das Spiel auch noch so rein, was gibt es denn das, der tauchte da runter mit dieser Animation und dann, ich hatte schon Hoffnung. Fegt in den Modus nochmal. So. Irgendwas mit Schiffs und Schiffsbrüche, das war was, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber. Warum auch ein Voodoo Buch, das habe ich auch noch nicht gefunden. Ingestürzt, wäre es dann das große Great Ship. Und was. Sharks Shell. Sharks. sie dieser haste aber die oder was als ob es jetzt ein übersetzungsfehler ist die saß der great shipwrecks aufgesinnt um die große schuss ach komm unglücke das unglücke unter cd liegt das ist unter c bis d liegt es natürlich ist das ist ein scheiß übersetzungsfehler auch nur nein das brauche ich und dann brauche ich noch das voodoo was wahrscheinlich auch nicht bei v oder w hier ist ich probiere es noch mal in englischen version voodoo rezeption voodoo rezeption voodoo so wie bei mir steht schon das husten zu was sie bis wo sie was sie bis als ob der fg das ist genau das was die zwei bücher ich brauche das erste ist dass man schiffen wirklich fließt er kommen kommt das ist halt wirklich durch die übersetzungsfehler Unglücke und man hat sich nicht so in der Ruhe so weiß doch nichts große Schiffsfax okay here you go anything else could you find the joy of hex okay here you go anything else okay here you go anything else I won't be needing any more books just now remember books are the treasure of the mind okay jetzt haben wir hier große Schiffswax Friedrichsen und wie ich Lechak vernichtete time I blow up Lechak can't believe I'm reading my own memoirs so 33 nord 90 west 33 90 da waren wir ja schon ganz in der nähe 33 90 jetzt habe ich ja nicht dieses verschissene buch 33 90 das war hier irgendwo unten Booty Island und jetzt hören wir noch mal das Schiff was auch immer uns das nicht helfen soll I'm ready to head out again okay show me where you want to go this time 33 33 nicht 35 äh 33 90 85 85 33 33 33 war hier unten aber hier sind wir noch bis jetzt liegen bei uns hier sind wir jetzt was jetzt ich spreche und schaue für den gesprungen Galleon Na, da muss doch jetzt was sein. Sehr schön. Ah, da ist er. Da haben wir sie. Vorher so mit einer Galeone. Hätte wir ohne nicht gefunden. So. Anker. Ah, ok. Kommen wir hier irgendwas mitnehmen? Einen Affenkopf. Aha, ok. Blech ins Inventar gesteckt. Da gehen wir bestimmt nicht mit unter. Wir haben den Kopf der Galeonsfigur vom Schiff geklaut. Das ist ja toll. Ich habe den Kopf. Na, dann gehen wir zurück zu Bodhi Island. Das ist ja schön. Das ist ja schön. So, ich möchte was verkaufen. Was auch immer mehr es bringt. Viel Geld. Oh. Das nächste Kartenteil. Nice. Das zweite Kartenteil. Hurra. Erstes Kartenteil. Zweites Kartenteil. Da fehlen uns nur noch. Drei. Drei gab es insgesamt, oder? Dann brauchen wir noch ein viertes. Ok, die ersten zwei haben wir wohl. Hurra. Ähm. Was nochmal? Das ist noch eine andere Rolle. often solamente ist es noch... ... Nestor? Okay, so haben wir ihn off. Wir sollten ihn jetzt auf keinen Fall, doch müssen wir ja wegen dem Voodoo-Dingens früher am Hexen. Ich glaube, das könnte gefährlich werden, aber... Wir müssen nochmal nach Scape Island und mit der Voodoo reden. Und dann nochmal... Irgendwie müssen wir noch den Kollegen in seinem Sarg in die Luft bringen. Es ist nicht Gelbersch in diesem Sarg, sondern den anderen, den Sargverkäufer in seinem Sarg. So, ich habe hier ein Voodoo-Buch. Warte wieder, Herr Threepwood. So, das Voodoo-Dingens? Ja, es funktioniert ziemlich gut, nicht wahr? Ich habe immer noch den Touch. So, das ist genug Voodoo für mich. Tschüss. So wird es. 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 Das scheint nicht zu funktionieren. Hm, ok, wieder raus hier, oder? Die kann uns offensichtlich nicht helfen. Warum das nicht? Hm, aber wer dann? Wie gehen wir den Stern in die Luft? Ja, ich bin der Stern in die Luft. 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 Ich bin der Stern in die Luft.